so leute da bin ich wieder die aufnahme ist ausgegangen aber ich habe auch pause gedrückt hat nichts versäumt das geht hier direkt weiter wo die aufnahme gestoppt hat so weil ich will das gerne noch abgeben und dann das beenden ich muss die videos leider trotzdem auch zweimal hochladen da mein laptop kaputt ist das ist halt auch schon so ein alter schinken habe ich schon sehr sehr lange ist keine ahnung 2009 aber man kriegt halt für das keine schneidprogramme mehr sonst hätte ich jetzt die zwei dinger schnell zusammengeschnitten abgewesen bei übergang wäre keiner da wie gesagt ich habe jetzt auch auf die zeit nicht geguckt weil ich mache das über die place und er kennt das ja alle noch vier das ist halt leider bloß eine stunde aufnahmezeit aber ich weiß nicht vielleicht kann man das hier auch ändern dass das dass sie das erweitert haben aber da muss ich gucken ich habe da noch wirklich nicht nachgeschaut wo man das machen kann wie bei wie heißt das wie bei der ps4 da war ja generell 15 minuten immer eingestellt glaube ich von standard stand aber 15 minuten und du könntest das höchstens auf eine stunde erweitern deswegen bin ich am überlegen ob man das hier auch machen kann der mich interessieren das gucke ich dann nachher mal das geht überhaupt das standard ist die stunde und so bleibt also wie gesagt beim ersten video bitte nicht wundern dass jetzt keine verabschiedung und so da war weil die aufnahme habe ich komplett übersehen von der zeit aber obwohl ich es noch gesagt habe schon wieder eine stunde blablabla dann habe ich für lauter quatschen habe ich das total verballert aber ich verabschiede mich hier dann versprochen mei ich so talüt was mir immer noch nicht da er sagt schade dass die das haben die früher am anfang haben die das gehabt mit dieser kmh ein paar bach dingens im navi kann ich das eigentlich auch ausschalten ich soll nicht wieder beschädigen bisschen koordinos so auf bayerisch heißt es koordinos Spaß Spaß so so yo das von wegen und so ne so 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 nice 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 so da haben wir eine raststätte das ist gut müssen wir eh pause machen tanken brauchen wir nicht der ist noch voll aber aber der rein aber der rein in die tank stelle zack aus ein bisschen langsamer fahren weil eigentlich ist da nur 30er zone eigentlich so 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 schau mal wo wir einen hübschen parkplatz finden aber haben sie es schön gemacht mir gefällt das richtig gut jetzt habe ich gedacht das ist alles voll ne haben wir noch ein plätzchen hier so 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 dann werde ich jetzt hier das auto abstellen Zündung verringern so Handbremse rein so dann werde ich mich jetzt dann werde ich mich jetzt werde ich mich jetzt werde ich mich jetzt verabschieden ähm wie gesagt äh die erste aufnahme habe ich vor lauter quatschen total verballert also nichts äh denken wegen dem nicht verabschieden das mache ich jetzt ähm ich danke euch trotzdem fürs zugucken wenn euch das äh gefällt dann könnt ihr das gerne liken ihr könnt meinen Kanal sogar aber gerne abonnieren wenn ihr wollt und damit ihr nichts mehr verpasst ihr wisst was ihr tun müsst die Glocke aktivieren ganz genau Leute ganz genau ich wünsche euch einen schönen guten Morgen schönen Mittag Nachmittag Abend Nacht je nachdem man ihr das Video guckt und dann Ciao bis zur nächsten Folge Ciao Ciao